hallo heute gibt es natürlich folge nummer fünf von hot wheels an löscht löscht zwei wir uns ausspricht ich kann es einfach nicht wir spielen bei der haut wie jetzt create great tour rampage ich würde sagen das ist die hauptkampagne ich bin jetzt nicht safe und lange rede kurz immer nicht bocker lassen abo da schluss kontaktiviert die glocke like das video x fast gibt es jetzt auch von den zehnten teil von to fast a furious fahrzeuge nice okay cool also wie gesagt man kann geld rein puttern man muss aber nicht und los geht's ne warte mal ich glaube weil man schafft es auf zwei wir haben wir machen einfach mal hier oder ja komm ich starten hier drauf ist aufs dreppchen und hol den ersten platz und lasst gegner ausscheiden dass das rennen wieder okay dass das deiner aber nicht strecke die befürchtet habe kein problem okay die strecke sieht schon mal stark aus ich glaube das ist so ein rennen der letzte scheint aus bin jetzt nicht sicher ich glaube so einen hatten hatten wir schon mal oder ich bin jetzt nicht sehr sicher nicht vergessen ab zwei gas geben ich habe nur noch dasselbe fahrzeug gemacht ob das gut geht ein tor betrieben wir gleich den tor betrücken und er ist in sich start und ein mini kennen wir doch ja nicht die mini den 400 wir hatten wir auch im hotwitz 1 1 ok was ist die idee ja ich jetzt von ahne war das gut ich weiß es nicht ja ja alle fahrzeug guten fliegt jemand raus also am besten erst am bleiben dann haben wir auf jeden fall es zählt gewonnen haben wir verkehrt gemacht wenn man kommt das mit springen das war jetzt nicht teilweise deswegen ist es schon eine geile erneuerung bringen und ran und springen das ist schon echt stark dass die modus hat mir einmal ein video glaube ich naja seitdem wie das ja nicht bewahrt nein 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 ich habe die falsche kloppen warum habe ich eigentlich habe ich da getan wollte den torbuch drücken und habe jumpen zurück warum keine ahnung ich weiß nicht was das war und ich darf den scheiß gebaut haben aber ein bisschen spannung das video bringen also der sache alles wie wir machen es mit springen ist echt cool es mit springen ist echt cool omg was bräuchte scheiße ja ganz wichtig aber ich hoffe das ist spannung für euch wenn ja dann lasst du ab oder schon zum tagen geht doch gleich das video und danke an die 631 abonnenten hier ist baby ich habe mich ja die 700 ich weiß nicht ihr könnt es erreichen für mich also bitte oder sind ja okay okay ich bin erster das nicht bleiben dann ist alles selbst ja mit jedem scheiß geworden ja warum keine ahnung ich weiß nicht was ich getan habe aber wir sind erst also als wir es sind ein bisschen rein fuchsen dann läuft das auch ja jetzt bin ich gesprungen okay das war von der fehler ich dachte ich bin zu früh gesprungen deswegen habe ich von die reiche verbrannt ich bin zu spät gesprungen früh genug jetzt bin ich gesprungen aber es zählt aber schon bestrecken und scheiß jetzt sehr schön strecken aber ja das gleiche wie wir in die letzten zwei müssen ausschalten wir haben gewonnen und die zwei sind noch dabei so jetzt scheiden die letzten beiden aus okay das war mein fehler jetzt scheiden die beiden letzten fahrer aus und wir haben gewonnen ein problem die sie sind und die letzten sekunden und scheiß bauen ein problem du hast gewonnen das gedacht ich würde sagen wir gehen jetzt hier lang und bleiben erstmal hier unten und da kommt als nächstes ein zeitrennen müssen besser als 145 sein oh mein gott warum ich schaffe mir das drückt bei die daumen und los geht's muss sagen dass du wieder so ein streck wie beim seiner nämlich keine strecke um mein gott ok mal gucken ob ich hier vorwärts komme und dann ein zeitrennen kein problem die sage ich gerne ich will ach so dass wir jetzt ja auch ein timer gewartet nichts passiert ich drücke start und dann kommt der timer aber ich habe zu wenig nein ich habe zu wenig man das ist ja an sie dann benutzt er jedes mal zum springen und so genau das ist also alter ist das als sie okay das wenn wir jetzt auf jeden fall verhauen auf jeden fall auf jeden fall wenn wir das jetzt behauen ich weiß nicht wo ich lang fahren muss nein wie nach da war nichts hat angezeigt und ich bin alt ja ich bin alt oh mein gott das erste rennt euch heute richtig abkacken werde ich bin ehrlich diese offenen grenzen ein bisschen komisch nicht witzig sondern komisch aber bis jetzt hat mir immer ein bisschen luft in den spielen mal gucken ob das wieder der fall ist hoffe ich auch richtig um rein fahre ja nicht wirklich nein ernsthaft ich drücke als ich glaube zum gas geben ja nicht und scheiße ich brauche ich den krank gescheitigen sein es ist jetzt nicht wirklich mein rennen von 1 1 ja natürlich haben wir schon mal einen richtigen abschnitt und dann bräuchten scheiße ist schon oft öffentlichen cooles rennen aber extrem kompliziert hier ich schwöre ich habe keine und hier mache ich bin eigentlich richtig gefahren aber ja spiel sagt all das ist ein schweres wenn jedes wenn wir nicht schaffen wir sehen ich mal das ende und habe so viel zeit verloren das müssen wir gleich wiederholen kann man auch nicht merken ich hier anfahre ich weiß nicht wo das ziel ist die falsche knopper zum turbo online 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 ok 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 oder das ok wir geschafft haben ist nicht outdoor rally gar nicht okay einmal noch ok und noch mal von vorne gucken ich jetzt besser bin und weniger scheiße baue wenn man natürlich sagen ich kriegte am anfang herrschte ich darf den staat nicht versorgen alter ok ok man darf mich am anfang den staatlich versorgen dass man auch wirklich rüberkommen also könnten wir auf jeden fall ein paar das ist eine strecke die mag ich gar nicht wir müssen zeit einsparen rechts rüber genau also ich kann schon ein paar sekunden einsparen da ich jetzt weiß wo ich ungefähr lang fahre nicht 100 prozent aber ungefähr nämlich sicher ob das alles richtig war ich jetzt war aber ich habe ich auch noch mal verfahren aber vielleicht können wir genug zeit einsparen wenn natürlich ein turbo drücken aber wir setzen kudos da muss ich eben auch verfahren ja 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 kommt sie gut aus glaube ich sind auf jeden Fall schneller ich denke mal die e1 und 40 werden wir knacken ja wir sind auf jeden fall schneller unterwegs sind auf jeden fall schneller unterwegs soll jeder habe jetzt keine scheiße bauen ja ok wir haben die fall gut zeit gemacht eine zeit gut gemacht ja 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 im großen kann denke ich sie mir schneller ja ja sieht gut aus ich bin sehr gut aus habe keine zeit im auge aber wir fahren schon mal besser hier gehen jetzt einfach mit turbo glaube ich hier soll das ziel war das nicht hier ja 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 sehr schön sehr schön nein 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 ich hab den topo ich hab den topo ach komm schon blödes game man wir könnten schaffen wir können schaffen drückt man die daumen und 141 wir haben es geschafft beim zweiten rennen dabei habe ich noch einmal scheiße gebaut omg und weiter geht's ich würde sagen bei diesen zweimal wiederholen der strecken ich will euch ja nicht ärgern oder so oder abpacken das war es mit dem video ist ein bisschen kürzer ein bisschen knackiger ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen wenn ja dann lasst mein abo da schon es kommt da wie die glocke und schaltet bei folge 6 wieder ein ich denke mal das wird es täglich geben ich denke mal schon bis wir durch sind hier bei diesen schönen strecken ansonsten bin ich ich habe hier mit raus piso